Folgendes Programm ist für Zuseher unter 16 Jahren nicht geeignet. Und das ist der Horvath. Folge 1. Aller Anfang ist Horvath. Herr Horvath? Herr Horvath? Grüß Sie, Horvath. Herr Horvath, ich bin ja nicht so weit. Horvath Anton. 32 Jahre und ja, geschieden bin ich. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich machen? Geschieden oder ein kleines Kind? Wahrscheinlich ist es eh nicht von mir. Weil meine Ex-Frau ist eine Hure. Das kann ich gleich auch so sagen, weil mir ist das Wurscht. Das ist eine Hure in meinen Augen. Ja, Wurscht. Von wo komme ich? Was da unten schiegt? Ja. Ich meine, wir haben es nicht leicht gehabt damals. Ja. Sag ich auch. Ich meine, alle eine der Kinder haben gekriegt, was sie wollen. Und ich habe einen Spitz gekriegt vom Vater. Der hat gesagt, das Spielzeug ist nicht drin, du siehst aufs Größdorf verhacken. Ich war mit 6 Jahren schon am Größdorf. Zehnt der Stockholm. Er hat gesagt, ich bin so flinke, verstehe. Ich war ein kleiner Bub, der kommt überall rauf. Ungesichert. Weil der Vater hat gesagt, das Sichernis für Arschlöcher. Ja. Weil ich war auch nicht versichert. Wo sei ich fülle, weil da noch ein Unfall gehabt. Die Lähmung. Alles selber betten. Ja. Oder? Ich habe es halt auf die Hütten auf. Ja. Was soll ich machen? Der Bruder, der Drottl, der hat die Räcker gemacht mit drei Haverern. Die drei Haverern reingegangen auf Fluchtfahrzeuge. Der war sowieso immer zu deppert, oder? Dass er irgendwas macht. Und nicht einmal, wo das Fluchtfahrzeug mit dem Tag kommt, sind sie nicht weggekommen. Der wird die Schweinsmasken rausgehört von der Räcker. Was ist das? Ja. Rausgehört die Pumpernöle in der Hand, weißt du? Und das Geld, was du denn mit der Tagopier trugst. Ja. Rausgehört er gewartet und nicht angesprungen. Gibt er dem Wasserzeit und schon. Weißt du? Und jetzt rückt er fünf Jahre und er kriegt. Ich mein. Ja, ist nicht schlecht. Ich mein, ich sag immer so. Das Hefen ist gar nicht so schlecht, wie man glaubt. Weil du hast deine Mahlzeit, ich habe ich da nicht. Ja. Weil von meinen 400er Notstand kann ich mir genau nix kaufen. Ja. Oder? Urschlöcher, die. Nein, ich sag dir ehrlich. Ich bin ein Opfer des Staates. Ja. Weil ich will dem einhaken. Ich hab leider keine Zeit gehabt, weil ich über andere Sachen auch zu tun. Und ich hab mich jetzt da. Ja, weil ich eine Zeit lang hab ich gut gelebt. Ja. Ich will halt pusten und so, wann irgendwo was war. Gute Ode hab ich auch gehabt. Ja. Ich fang. Ich mein, das braucht sie nicht zu sagen oder was. Ja. Das ist ein Nachbarn sein Alte. Ja. Das ist eine Ruhe. Ich mein, die hat schon jeder in der Siedlung einmal. Ja. Ja. Hat schon jeder einmal reingeschaut in die Schwarz. Ich sag immer, schwarze Lach. So Lachzimmer, weißt du nicht. Nein. Aber das hört schon hin mit mir. Also irgendwie komm ich über die Runden. Ja. Wie gestell. Ein bisschen schickwuzzeln, einfach geht auch die Zeit. Ja. Andere machen einen däpperten 40-Stunden-Job. Da scheiß ich drauf. Und die 1.147-Stunden-Job machen. Oder? Ich mein, ich bin ja nicht däppert. Verstehst du mich? Verstehst du mich? Ein einzig Arsch ist, dass ich erlauben bin. Ganz ehrlich. Wie eine Gute gehabt. Meine letzte, die war super. Die war, das war eine Prinzessin. Wie du das siehst, weißt du. Wie du das in der Walt Disney hat. Früher haben wir immer die Kassetten geschaut vom Vater. Also nicht den Vater, sondern der Vater hat immer Pornos geschaut. Aber das war der Offen. Ich hab mit 6 die erste Food gesehen. Ja. Ich glaub das ist ein Unfall gewesen. Oder was der Vater hat gesagt, schau zu und lerne. Aber. Ja und seitdem bin ich komplett däppert auf die Weiber. Und meine letzte, die Prinzessin. Das war wirklich eine Frau. Weil die hat kochen können. Heute kann ja keiner mehr kochen. Heute kann ja keiner mehr kochen. Heute kann ja keiner mehr kochen. Außer was kannst du jetzt zahlen. Oder? Wo war ich? Die tut's mir leid. Die hockt ihm helfen. Weil die war auch dabei bei dem Däpperten. Bei der Räckermache. Ich hab ihnen vor Anfang angesucht, machts die Pfixbank. Weil die Bauern schütteln denen. Kannst nicht vertrauen. Kannst einem Bauernherd vertrauen? Kannst du einem Bauernherd irgendwie oder vertrauen? Kannst nicht vertrauen? Einem Bauern kannst nicht vertrauen. Die spritzen alles. Die Tomaten und die ganze Schei. Drum frieße ich nur beim Macke. Oder? McDonalds ist einfach gut. Das hab man damals in der Werbung gesehen. Und das stimmt auch. Ich frieße nur beim Macke. Wenn es der Schüling zulässt. Weil kauft ihr heute Brot. Kauft ihr mal ein Brot. Was kostet Brot heute? Ja. Halt da keiner aus. Scheiß Regierung. Die ganze Arschlich. Halt uns alle für Deppert. Alle für Kaspern. Für die soll ich hakeln oder was? Hörts sicher nicht. Ich mach halt viel Sput. Weil die ist da gemacht. Sput machen ist es für mich. Weil ich hab einen riesen Garten da. Weil das Haus gehört deinem Bruder. Ich mein eigentlichen Vater. Aber der ist hin. Ja. Den hab schon die Würmer Chip-Chap genommen. Ich mein mir tut es nicht leid um den Arsch. Weil der dann das Bieren. Ja. Wie er fett war. Aber um das geht es nicht. Das ist eh zu persönlich. Ich hab einen riesen Garten. Ja. Da kann ich mich aufhören. Da tue ich Tischtennis spielen. Ich mach viel Kampfsport. Weil ich hab auch einen schwarzen Gürtel. Ja. Ich mein jetzt ist er blau. Weil das meine Ex-Freundin. Ich mein die war schon super. Aber der hat einen Gwasch in der Waschmaschine. Jetzt ist er blau. Aber eigentlich bin ich ja. Ich hab ja beim Weitringer Hans damals das Handwerk gelernt. Nehm von Jiu-Jitsu. Und Daekwanden. Daekwondo hat das geheißen. Marate. Aber ich kann alles. Also ich brauch eine Sekunde. Ich mein ich will da nichts tun. Ja. Aber ich brauch eine Sekunde. Du bist weg. Ich bring das Knack. Ja. Ich hab schon viele Probleme mit der Polizei gehabt. Die scheiße sich alle auf an mich. Ja. 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 Ja leicht. Halt eine Box auf die Gosche, oder? Ja. Was ist? Ja. Rettmesser ziehen. Was ist? Das Wichtigste im Leben von Menschen ist ausgleichenheit. Und ein guter Kontostand. Aber den hab ich nicht. Aber ausgleichenheit, weißt? Und so tue ich das kommunizieren. Herr Horvath. Ja? Wie lange betreiben Sie diesen Kampfsport schon? Ich bin jetzt jung, aber 35 Jahre sicher. Und was hat sich dazu bewogen? Der Hitzinger-Karl. Das war mein Ausbildner. Und der war damals mit der Geschwappenkarre irgendwie verschwägert. Und die hab ich damals zu der Zeit gepudert. Gute, oder? Und der hat gesagt, oder? Biss gut beieinander. Ich hab dich schon ein paar Mal rauf gesehen. Bei der Mäderli-Bar. Weil er da oben rauf ist. Und da hat er gesagt, pass auf. Ich geb dir ein. Ich koch Schi-Schützen und das Ganze. Ich mach dir bei dir Training. Seitdem bin ich dabei. Trainieren Sie das öfter? Ja, eigentlich täglich. Ich mein nicht immer nichts zu tun. Oder? Du schaust. Du schaust. Du schaust. Ja. Und ich fühle. Und das muss irgendwie in der Mitte driften. Und da geht's auch so. Weißt? Du schaust. Ja. Wie ist dieser Gegner? Du skäust. Bei der Boer? Du schaust. Du schaust. Du schaust. Und du schaust. Und du sagst ja. Oder du sagst ja. Du schaust. Du schaust. Wenn er aufmacht, wenn er zurückkommt, wenn er zurückkommt, wenn er zurückkommt, wenn er zurückkommt, wer ist das? Weißt du, was ich meine? Ich bin eher einer der, was das verdirbt. Das ist eine Freundin, die bei den Mädels passen. Und ich bin extrem schnell. Und Sie würden sich aggressiv einstufen? Ich selber oder was? Nein, ich bin eher ein leibender Kerl. Aber du musst auf der Welt drinnen nur Arschlich haben. Der Nachbar zum Beispiel so Arschlich. Wenn der deppert ist, bin ich bereit. Jederzeit. Nicht, dass du glaubst, ich sauf den ganzen Tag. Weil wenn ich schlafe, sauf ich nichts. Aber du sagst, ich meine, da geht es schon. Zwei Kisten gingen sicher bei mir. Und das ist der. Und deswegen mache ich mir den ausgleich. Und deswegen tue ich was. Wenn der Nachbar was bräuchte, der bräuchte nichts. Weil den habe ich so alt erbuttet. Aber der andere ist der Leiband. Bei mir gibt es noch Arme. Ich meine, einer gibt es auch noch Arme. Und das Fernsehen gibt es auch noch. Ich meine, 40 gibt es nicht noch Arme. Gibt es auch Bauer. Wie du lässt mich sehen? Ich habe mich nicht am Arsch gedacht. Ein einziger Problem bei mir. Ich habe Schulden. Ich meine, die hat auch jeder. Ich habe nichts davon. Ich habe es damals bei einem Russen aufgenommen. Ich habe mir gedacht, super, der gibt mir das. Der will nicht einmal ein Land zahlen. Von mir. Ich habe dann eine Woche ruft einmal an. Bricht mir die Finger. Steckt mir meine eigene Finger. Schneidet einmal an. Steckt es mir in den Arsch rein. Ich kann es nicht nur so schlafen, wenn der eine anruft und so sagt. Kannst nicht schlafen. Jetzt habe ich ein Problem. Ich brauche eine Kohle. Ich muss eine Kohle auftreiben. Und das Beste an der ganzen Geschichte ist, weil die Kohle habe ich nie in meinem Leben etwas gehabt. Weil der Trottel gibt mir das in einen Pillarsackel. Und ich habe mich gefeiert. 40.000 Euro auf die Hand. Gehe raus bei ihm. Gehe zum Pillarsackel. Habe ich mir einen Schnaps. Ich habe mir gedacht, du musst feiern. Steige in den Bus ein Bumm zu. Und lasse das Sackchen dort legen. Ha! Ich habe nie etwas gesehen. Entschuldigung. Von dem Geld. Ich habe einen Plan. Ich mache eine Schnapsbrennerei. Ich mache eine Schnapsbrennerei. Ich habe ihn laut ein Griecherl. Ich habe mir gedacht, bevor sie jemand verwölken dahint, machen einen Schnaps, oder? Ich brenne einen Schnaps dahint, oder? Verkauf ihm überall. Der Pillars kann mich mal einschlecken. Die ganzen Konzerne können mich mal einschlecken. Ich mache ein Riesenunternehmen. Ich habe einen Busenisplan und der ganze Scheiß. Und ich bin entdeppert. Ich habe eh alles gesehen im Fernsehen, oder? Das hat schon ich. Nein, das passt schon. Das hat schon ich. Ich scheiß mich nicht auf, einen Russen lassen mich etwas tragen, oder was? Einen Russen traut mich. Wenn ich will, ich bin ein Kampfer. Ich bin eine Killermaschine. Ich reiße meinen Schell, aber ich scheiß meinen Hals, wenn er entdeppert ist. Der russische Hore. Der kann sich zurück in Sibirianski schleichen und dort mit seinem Bildsmatel umgehen, von mir. Einen echten Österreicher. Da kann ich nicht tragen, der Trottl. Ich gehe mal hinterher, oder? Ich zeige mir meine Plantage. Ja, was mache ich? Schnapsbrennerei à la Hurwath. Was zeigen Sie uns jetzt genau, Herr Hurwath? Eine Plantage. Ich habe mir gedacht, ich bin nicht geteppert. Ich war zwar in der allgemeinen Sportstufe, aber trotzdem habe ich eine gewisse Bildung. Und ich weiß, dass man die Früchte, die uns die Natur gegeben hat, die kann man brennen zum Schnaps. Aber ich habe mir gedacht, mache ich ein paar Liter. Sehen Sie? Das tue ich quasi zusammen. Die ganze Griechel zusammen. Und da baue ich mir eine Destillationsmaschine. habe ich schon angefangen. Warum willst du dabei sein? Ich weiß nicht, ob das mich interessiert. Ich sage einmal so, im Schnaps liegt die Wahrheit. Und wir suchen alle irgendwo die Wahrheit. Im Leben oder in der Arbeit. Ich meine, das weiß ich nicht, aber überall suchen wir die Wahrheit. Ja? Weil heute sagt ja keiner mehr die Wahrheit. Ja? Aber bei mir ist es ehrlich, ich sage es euch, meine Griechel und eine ganze Scheiße. Das ist Bio. Weil ich spritze ja nicht. Ich mache einen Spritz. Nein, das ist ein anderes Thema. Das vergessen wir. Schaut her. Da ist es einfach. Das ist die Natur. Und die Natur, die kopiert nichts. Das sagt ihr eh in der Werbung. Ja? Der sagt ihr, wenn du den Blau in den Kopierer legst, oder? Da wird es kopiert. Aber das kannst du nicht kopieren. Ich meine, kannst du nicht kopieren legen. Was heißt? Ja? Was heißt? Ein Griechel auf einem blauen Papier. Aber mit dem kommt kein Schnaps. Schau her. Das heißt, Sie nützen das, brennen Schnaps und verkaufen den dann? Genau. Und schau, dass ich 40.000 dazu bekomme, damit man der, die russische Haverer, nicht meine Finger anschnäht und ihn ansteckt. Und Sie sind der Überzeugung, dass Sie so eine Menge Geld einnehmen werden dadurch? Ja, klar. Sonst würde ich das nicht machen. Ja? Sonst würde ich nicht andere Sachen machen. Aber das ist mein Plan. Ich sage, schau mal, der Eresdorf, der hat sich auch irgendwann gedacht, pass auf, ich mache Wodka. Ja? Weil die Kiewende auf die Zölfesseln saufen wie alle, Wodka Bull. Ja? Haben Sie keine Sorge, dass Sie mal erwischt werden bei dieser Schnapsbrennerei? Also aus rechtlichen Gründen. Ja, rechtlich. Rechtlich ist immer eine Ansichtssache. Ja? Weil was ist Rechtlichkeit? Ja? Ja? Ich war mit 18 das erste Mal aufs Schmalz. Ja? Recht kann mich im Arsch lecken. Schau. Was ich schon mit Kiewer zu tun habe, hat mehr als mit Weiber. Ja? Und das ist bei mir kein Armutszeugnis. Weil wir auch ganz schön gehabt. Nachbarn sind alte. Und was wäre, wenn der Nachbar draufkommen würde? Ja, ja, gefällt ihm wieder sich nicht. Oder? Aber, schau her, was würden wir tun? Er kann auch nichts tun. Finanziell bin ich unabhängig, wenn ich nichts habe. Und der andere sagt, heu ihm das Gost schön, wenn er dappert ist, weil ich heu. Schau her, wenn das mein Nachbar wäre, und der kommt hier einfach so, wo, wo? Wo ist es? 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 In der Wüste in der Wüste steht ein Känguru und sagt, Und in Alaska, in Alaska, da schwimmt der laks, da kommt der asbär, und frisst er, und der laks sagt zu ihm. Du gehst doch gar nicht hin, oder? Was tut der asbär in Alaska? Grizzly Bär? Der sagt nein. Ich will meine Verwandtschaft gut besuchen, weil ich bin verwandt mit einem Grizzly. Er verschwiegert, weißt du. Und am Nordpol, am Nordpol, da steht der asbär, und der sagt dem ist cool. So cool, so cool, das Leben ist cool. Überhaupt, wann es Arbeitslosen geht, nicht überwiesen, wie du gespürt bist, dann ist es kalt. Wann Winter ist, und du oi scharzen hast, und gar hocken hast, damit du im Wald gehst, an einem Baum frisst. Oder weißt du, Arbeitszeit bist du sogar für dieses. Herr Harbert? Es ist kalt. Geht schon? Herr Harbert, was machen Sie da jetzt gerade? Aber dazu tue ich zu sparen, oder? Und da habe ich gerade das Ganze im Engenschuhi, oder wie das heißt. Ich war ja lange auch im Engenschuhi-Bereich tätig, oder? Und da fühl mich ganz einfach frei, ganz ehrlich. Wenn ich da jetzt aufstehe, zum Beispiel. Und da, die Kranie, wird nicht von selber wieder wieder irgendwie einmal aufstehen, ja? Und da… Ja… Herr Harbert? Jetzt schon wieder die Bandscheibe. Geht's Ihnen gut, oder haben Sie sich jetzt verletzt? Nein, weil das alles Arsch ist, oder? Machst denen ja überall, flieg vom Tag, das ist alles Arsch. Und da zieht mich gerade zu Österreich mit dem Schaus, oder? Mein Alter ist weg, guck dem Hefendeppern, oder? Die Russen wollen mit dem Teppern nachkrackeln, und ich mach geschissen, dann will ich jetzt auch machen. Ich will ja auch sehr guter Plan, das mit dem Kriegerl machen. Ich höre auf. Ich weiß, was das für ein Busen ist, ich verstehe das, weil ich war in Amerika auch drüben. Und ich verstehe, dass Busen ist. Die werden sich ja alle ausscheissen. Der Nachbar wird glauben, nicht mehr, wenn ich das Stroh sage. Verstehe? Da frag ich mich nur, ob ich aufstell's heute in der Früh? Vielleicht soll ich die liegen bleiben. Mir ist zum Rühren, mir ist zum Spämm. Herr Horvath, was machen Sie jetzt gerade? Jetzt geben wir die Kuchel, oder? Sie haben jetzt die Kriegerl zusammen gesammelt? Ja, den Schnurps. Geben wir die Kuchel. Das ist eine gute Nummer. vom Schuhe ziehen. Hey! Herr Horvath, Sie haben auf beiden unterarmen Tätowierungen und haben die eine Bedeutung? Das ist auch nicht das linke, der ganze Stern, den hab ich im Hefen gekriegt. Das ist nicht das war. Das war vor zehn Jahren oder was. Und der andere, den hat der Maxner-Karl. Da muss ich immer schauen, dass das auch passt. Was machen Sie da jetzt? Jetzt tu ich das Ganze mal erhitzen, dass die die ganze Enzype lösen. Und wenn das dann aufgepackt ist, hab ich gesehen, bei Malileo oder wie der heißt, dann kommt da ein Testmat oder was, und dann stellen wir das raus und dann kriege ich eine Destilliermaschine und dann koche ich das auf und dann ist der Schnurps da. Interessant ist, dass man der Maxner-Karl gemacht hat, bevor er eingesperrt worden ist. Ja, aber da sind die Küche schon auf der Tür gestanden, so hat er mir nur einen halber Stern gemacht. Ja, dran, warte, geh raus, sag's euch. Ich brauch den auch ein bisschen. Wo schauen Sie her? Ja, dem liegt schon der Spissen aus, meine Bäcker, oder? Oder? Herr Opa! Herr Opa! Herr Opa! Wir haben das Interview! Wieso, wie geht's, dass meiner Doktor einen Alkohol geben Sie zu saufen? Wuh! Wieso, wieso bin ich einer weggegeben? Was kann ich dafür, wenn es jemand bloßt, he? Was? Was hat's gemacht? Nicht vergießen! Warte! Bloßt jetzt, Mann! Na bist du wahnsinnig! Du kannst raus, dass der rostige Teel nicht aufgeht! Oh, das rostige Teel nicht, weil die 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 zu Hause haben, weil ich bin eine Maschine! Nein, du bist eine Maschine! Pass auf, und geh mal aus dem Grab, Deppata! Hey, hau dich auf, du Arschl! Ja, aber geh! Ist ja ein Volltrottl! Ich mein, kann ich was tapieren, dass die kleine Platte eh ein schieres Rast! Was? Geh hier, Geh hier! Deppata! Seh vor, dass du eine Stoße weitermannst, dass ich Angst vor mir selber hab, du Arschlach! Okay! Ja, geh schlecht hier! Okay! Ich hab jetzt eine Brotata! Oh! 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 Oh, oh! Oh, oh! 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 Seine Tochter ist ein Geschleckpanzer und so alt ist ein Hu! Ja! Normalerweise müsst ihr es mit General Horvath nennen, wenn sie einer deppaten Tochter drin war in der Platten! Erst ist schon das, wie ich geschissen! Ohne Spaß! Für mich ist er Futterfut! Ob das jetzt seine alte, seine Großmutter oder seine Cousine, dann mir wurscht! Ja! Ich kann ja eher, der eher Ingenieur! Ingenieur, glaub der ist ja besserer, weil er Ingenieur ist! Ja! So fah ich an! Ne! A guter Schwalte, der Klügere gibt nach! Ja! Ist ja komplett ein Schwachsinn! Der Klügere gibt auf den Graschen bei mir, oder? Der kriegt so auf den Graschen! Den halt den Zehnt aus der Graschen! Der kann sich bei der Krankenkasse schauen mit! Den Trottel! Ich muss mich beräumen, den Trottel! Ich sag immer so, oder? Das Leben ist wie ein Griecher, oder? Griecher! Trottel! Das ist mit Schlub, es war ein Blät-Eiter hier, es hat ja noch eine abstinentsfengte Pio-Van, breust! Der ist nix in die Hose gegangen! Er ist über ein anderer bus in Desplan! Ja! Du kriegst doch Geld! Du wachst vor dir so schnellte! Du kriegst doch Geld am Dienstag! Geh auf fertig! Jo, mit Agge! Das ist der Hover.